Schnappschilz, Kohlen, Schnappstil, aber was soll denn da sein? Halt doch mal deine Fresse, Kerl! Was Fresse? Ich geh da mal ran an, was willst du denn haben? Ein Eis will ich haben! Was hast du denn da? Schoko, Vanille, Mokko, Schotter, Nuss, Saure, Sahne, so wie mein Ramm ist der Stumpf und Kohle, heute wegen voller Überraschungseister! Hä? Hab wolltest du ein Überraschungseis? Ja! Also, lass das doch gleich! Große Fresse gibt's woanders! Gibt ja gleich große Fresse! Was ist denn hier noch? Ja, da gehen wir erst mal vorbei, das werden wir schon richten! Was ist denn mit mir? Der hat sich einfach vorgedrängelt! Du hast gestern schon Eis für lauge gehabt, das reicht jetzt! Kannst morgen, kannst gleich noch was haben, Schoko, Vanille, Mokko, Schotter, Nuss, Saure, Sahne, Zitrone, Eppel, Waldmeister, Schlumpf, Cola, oder Überraschungseis, hast du gestern auch schon gegessen? Jetzt ist ja gut! Du kriegst jetzt eins, okay? Ich war doch mal zuerst! Zwei Euro! Zwei Euro! Ja, kannst du drei haben! Für die große Frist ist das doch wohl umsonst, oder nicht? Ach, so'n Stress macht ihr? Na komm, Junge! Ja! Bisschen Eis noch hier von mir, und der Rest aber für heute genug! Döner-Eis?